Ja, was soll ich sagen? Es ist ja mal was ganz besonderes, wenn lebende Legenden mit am Tisch sitzen, ne? Aber um uns beide soll's ja heute gar nicht gehen, sondern um euch, um Duckstop... Truckstop? Truckstop, ja, wie auch immer. Ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn ihr im Norden Erfolg haben wollt, dann müsst ihr mit dieser Cowboy-Scheiße aufhören. Country geht gar nicht. No-Go geht nicht. Absolutes No-Go und der Name Truckstop, ihr braucht einen neuen Namen. Truckstop, das klingt wie Tick-Trick und Truckstop, das klingt wie Stop-Stagnation. Das geht nicht weiter, das ist 80er. Truckstop klingt wie... Gunter Gabriel. Ja, so hart würde ich's jetzt nicht sagen, aber ihr braucht einen neuen Namen, Herbert. Wir haben was vorbereitet. Wir machen kurzerhand aus. Truckstop, Truckstop. Schriftart ist Urban Cincinnati Black, einwandfreies Branding. Zack, bumm, ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Und jetzt zu eurem Outfit. No-Go. No-Go geht gar nicht. Absolutes No-Go. Wer näht denn eure Klamotten? Meine Mutter. Und eure Oma fährt nen Truck oder was? Jo. Mal kurz und gut, ihr werdet rebranded und zwar richtig. Ihr kriegt den neuen Namen und dann werden wir euren komischen Western-Song richtig norddeutsch, niedersächsisch, aktuell modernisieren. Wir vertrauen dem Song absolut. Der Song steht für sich und deshalb haben wir eine Stripperin engagiert, Rita von Käse, die sich dazu ausziehen wird. Und die ist richtig gut. Verdammt gut. Der wilde, wilde Norden fängt gleich in Hannover an. In einem Ruderboden, Maschi, bist du der starke Mann. Hier gibt es Grünkohl, Matjes, Kümmelschnaps und alles wird gut verdaut. Und unsere Oma, die macht Witze, die sind total versaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.